und centus ist wieder tot oder immer noch in der zeit wo wir jetzt nicht aufgenommen hatten hatte ich so ein bisschen den workshop durchstöbert und paar mods rausgesucht die wir noch hinzugefügt haben und ja ja centus welche mods sind das denn eigentlich weißt du auch nicht mehr doch wir haben auf jeden fall einen größeren kühlschrank der natürlich teurer ist so wie größere kisten dann haben wir vielleicht heilsam zum wiederbeleben mit reingemacht also das ist also ich immer wieder die suchen zu müssen die steine hat mir noch rein wir hatten eigentlich so mit charcoal burner aber dadurch ist die map immer abgestürzt oder eher gesagt bei dem anderen das spiel und ja weiter weiß ich gerade gar nicht aber mehr hatten wir und wir haben jetzt noch nachtmusik eingefügt und sonst war es das eigentlich das waren eigentlich ein paar mehr ja aber so ja afraid of lex also so lex dass sie ein bisschen vermieden werden wenn man weiter weg ist das geht generell ganz gut haben wir ja ausgetestet alles und ja aber bei mir habe ich gar keine musik gerade irgendwie ja das kann natürlich sein da war noch ein bisschen an den einstellungen gefummelt aber das war auch nicht das meiste so ich suche jetzt schon mal für centos mal spinnen dass ich die meinem töten kann aber und wir haben noch so eine zweite so eine eisbugs was das da war ich glaube so ein gefrierschrank also so stehenden länglichen ja mal vielleicht finde ich hier doch noch irgendwo ja was wichtig sind sind boah alter da unten ist ein fettes spinn jetzt komme ich daran na warte mal kommt mal mit ja komm mal mit dir spinn komm ich hab nur keine ahnung wo das startgebiet ist sicher ist nicht mehr weil die map neu geladen hat dadurch also die karte zumindest was andere ist ja alles geblieben das also ich finde kein sound da ist also keine musik so ich habe zweimal halse aber die habe ich jetzt gerade bekommen ja jetzt hole ich mir das kommt mal da drei spinn wieder ich komme schon zurück ja aber das geil ist jetzt wird das schon anfangen zu legen also dass ich immer hin und her schuppst du aber jetzt das geht mal gut so abigail jetzt machen wir beim das spinnen ist kalt der mod ist echt gut dafür haben wir hier denn okay ok knochen salmon bones hier liegen knochen rum ja gut ich wurde vom feuer was daneben dran ist attackt so die rüstung habe ich ausgezogen damit die schneller laufen kann so abigail komm wir gehen wieder zurück den tot hähne ah ich muss mein leben auffüllen dann geht es ein bisschen besser dann kann ich bienen fangen ok und mit dem bienen um uns dann genau das fische das fischfarming hatten wir noch glaube ich ja ja das fischfarming hatten wir aber das hatten wir schon vorher drin das kann sein was wir eigentlich voll vergessen haben was eigentlich ganz geil ist war doch schon aktiv der mod aber auch manchmal weh tut wenn das uns trifft weil die bienen doch aggressiv werden wenn man die erntet da aber es ist halt ne gute alternative dafür gibt es ja die klamotten die du anziehen kannst richtig ähm wo ist denn da ist er so noch ein bisschen ah ah so ist das mit wiederbeleben auch besser ja survival ich tu mal so ne salbe schon mal herstellen aua dann überleben wir auch länger ja aber die kostet halt leben ne die herzustellen ja kostet 20 leben ja ja geil ist es nicht das ist so ne jetzt können wir gucken ob ich so ne dass ich mal so ne heilsalbe herstelle hat mich nicht ne besserte heilsalbe aber ich konnte hau ab hier frische Abigail schlag sie schlag sie alle da ach sie kalt alter die hat grad alter wie viele frische zerstört vier frische zerstört vier frische zerstört fünf ach du bist das hallo ja komm mit weißt du den weg noch ne ich seh das ja nicht mehr ja komm komm schnell hallo auf den quatsch zu machen welchen quatsch ich mach doch keinen quatsch komm 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 du hast verfolgt ja ist mir egal ja ist mir egal sehr dunkel ach ich hab ne fackel zur not angst habe angst habe angst habe angst habe muss eigentlich nur den weg folgen schwein ja ich weint hin ich geh mal lieber nicht sonst fährst du zum werchschwein der schwein rennt mir hinterher na weil sie sich vielleicht schlagen möchte oder so ne 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 fackel fackel kann ich zur not herstellen le 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 bald kommen die köter ja wieder ne ja ah scheiße oh nein 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 was denn alter ich hab glück gehabt ich musste drei prozent für ne fackel ne drei prozent für ne so ne kack fackel nachher stehen gesundheit boi achja ich kann ja immer boi kann ich nicht mitnehmen obwohl machen wir das mal eben so achso hier hab ich schon geben können hier gif yay okay dankeschön jo leb wieder juhu ich leb ich leb achso einfach weiterlaufen ich lebe essen ist im kühlschrank die nasehörner sind da platt hat ja wir können gleich wieder ach ja und äh man kann jetzt vieles essen was wir glaube ich auch noch nicht hatten dass wir jetzt äh ja stimmt ja da haben wir ja auch was gehend gehabt ja so jetzt muss ich mal eben abigail wieder hier absetzen ach ne die muss ja erst wieder groß werden ne 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 la 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 mördern 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 warte warte nicht essen alles ich hab monsterfleisch ess doch grad nicht alles hier du kannst monsterfleisch da essen ne ess doch grad nicht alles du spasti geh mal aus dem kühlschrank raus geh mal aus dem kühlschrank raus geh mal aus dem kühlschrank raus bin ich doch ne jetzt kann ich hier ist essen ach du war ich doch für Lügner tun wir eben was kochen ja ähm ähm bildet alle felder wieder ready sind hier so und danach muss holz angeschafft werden holz und stein nicht essen du sau generell vieles kochen jetzt so das hängt das hängt eins zwei äh wo sind die froschbeine da und das kochen eins zwei das und das kochen oh du bist immer geh doch einfach raus du arsche war ich nicht den jetzt kochen unwichtig kochen kochen äh und das kochen so tue ich noch in kühlschrank wieder das reinpacken vor allem wie geil ihnen das ist wenn wo lagen meine klamotten jetzt eigentlich rum weiß ich nicht oder hast du die einsortiert ja ja klar wo damals wo du gestorben bist äh aber ich weiß nicht wo die sind keine ahnung ach du bist eigentlich nur unten nein der rucksack liegt auf jeden fall unten das weiß ich und den rest habe ich einsortiert du hattest ja nicht viel mit den rucksack hast du auch mitgenommen nein du ich kann doch nur einen rucksack immer mitnehmen und meinen hut weiß ich nicht das ist ein vogel gefangen das ist ein vogel gefangen ja die brauchen wir noch für halt später nochmal ähm bis später peter so ein baguette tue ich hier rein Samen zwei baguettes nehme ich mit zum essen ach hier ist das holz drinnen so mein hut habe ich ja aber irgendwie eine fehler schrott stein auch steine hatten wir doch noch viel also holz fehlt ich habe auch ein bag naja da unten sind die bags voll leere hm ja wieso die habe ich alle leer gemacht hm was ist da da ist noch nason ja dann geh weg und irgendwas ist grad durchs ach mit die ohren mit die ohren mit die ohren geh weiter hab mich schon gewundert was durchs bild fliegt ist das nase immer noch eins da unten da ist noch eins ja